Musik Fürs Fotoshooting der Schöffel Herbst-Winter-Kollektion 2014 sind wir dieses Jahr in der spanischen Sierra Nevada. Wie schon im letzten Jahr arbeiten wir mit dem Outdoor-Fotografen Michael Müller und unserem eingespielten Team zusammen. Die Sierra Nevada ist für uns eine fantastische Kulisse. Mit ihrer vielfältigen Landschaft und Vegetation bietet sie perfekte Stimmungen, um die Schöffel-Kollektion in Szene zu setzen. Sonne, Raureif, Nebel, Regen und Schneefall – alles Wettersituationen, die das Maximum von unserer Kollektion fordern. Denn mit der Schöffel-Bekleidung ist man bei jeder Witterung rundum geschützt und jedes Naturerlebnis wird zu einem echten Ich-bin-Raus-Moment. Musik 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.